Ross Anthony, traurige Worte, so sehr vermisst er seinen Papa.Sänger Ross Anthony gilt bei seinen Fans als fröhlich, gut gelaunt und immer für einen Spaß zu haben. Doch hinter seinem sonnigen Gemüt verarbeitet der Schlagerstar einen schweren Verlust. Ross Anthony ist ein Multitalent, er steht nicht nur als Schlagerstar regelmäßig auf der Bühne, sondern hat auch ein eigenes Backbuch veröffentlicht und vermietet seit neuestem Ferienloges in Cornwall. Das alles bündelt seine verschiedenen Leidenschaften, doch zu seinen Ferienhäusern in England hat der Schlagerstar einen ganz besonderen Bezug. Ross Anthony, ich vermisse meinen Papa sehr.Dort hat Ross Anthony jahrelang Zeit mit seinen Eltern verbracht. Und auch wenn Cornwall inzwischen auch der Lieblingsort von ihm und seinem Mann Paul Reeves ist, verbindet er einen Menschen ganz besonders mit diesem magischen Ort, seinen Papa. Mit ihm kann er die schönen Erlebnisse in Cornwall nicht mehr teilen, da Ross Anthonys Vater 2017 im Alter von 77 Jahren verstarb. Ich vermisse meinen Papa sehr. Es ist schön, zu wissen, dass wir hier in Cornwall immer zusammen waren und eine gute Zeit hatten, erzählt Ross Anthony im Gespräch mit das neue Blatt. Ross Anthony, hier findet er seelischen Trost.In Cornwall fühle sich der Sänger seinem Papa nah, er würde ihn dort spüren. Es wäre schön, wenn er alles noch erleben könnte. Aber ich bin mir sicher, dass er uns von irgendwo aus zusieht, sagt Ross Anthony. Wie schön, dass er zumindest in seinem geliebten Cornwall Trost findet. Ich bin mir sicher, dass er nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist. Ich bin mir sicher, dass er nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist, dass er nicht so weit ist.